Herzlich Willkommen zum quasi ersten The Geek Freaks Podcast, TechCast Weekly, glaube ich, wollten wir das nennen oder können wir das nennen. Wir sind euer Moderations-Host-Team und haben wieder wahrscheinlich einige Themen vorbereitet, beziehungsweise auch nicht vorbereitet, aber Themen, die uns in unserem Herzen liegen, die wir im Livestream so rechtfertig quatschen konnten und die Resonanz auf die Folge Null aus unserem Teaser war ja, muss ich sagen, schon anscheinend so gut, dass wir uns natürlich dazu entschlossen haben, dass wir das Ganze auch weiter vollführen werden. Heute mal ein bisschen bessere Audioqualität und vielleicht habt ihr Lust, unserem Gepränkel ein bisschen zu lauschen. Heute am 26. Oktober um 21.47 Uhr genau, dass ihr ungefähr wisst, wann wir das Ganze hier aufgenommen haben und wie wir uns hier so zusammengefunden haben. Heute am Start sind der Moritz und der Lukas. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr auch da seid, Jungs. Ja, freut mich auch. Ich habe gleich mal ein interessantes Thema, um euch auch ein bisschen zu überraschen und was rauszuhauen. Ihr wisst ja, wie es so ist. Internet ist ein schwieriges Ding und YouTuber sein ist auch ein schwieriges Ding. Und wir haben ziemlich lange Zeit darum gekämpft, ein bisschen Computerhardware zusammenzukratzen, weil wir jetzt auch nicht die reichsten auf dem Planeten sind, um aktuelle Technik euch auch vorstellen zu können da draußen und natürlich mit aktueller Technik auch ein bisschen was machen zu können. Jetzt haben wir da einige Deals an Land gezogen, nach und nach. Ist ja kein Geheimnis. Wir arbeiten ja für PC Welt und für Mindfactory. Da konnten wir jetzt noch nicht so viel rüberbekommen. Mein PC Welt konnte uns ein kleines bisschen unter die Arme greifen, ein bisschen Hardware schicken. Aber ich habe quasi heute, heute Morgen habe ich einen neuen Deal ausgehandelt. Und ich hoffe, dass der natürlich auf sich positive Weise ergibt über Marketingfirmen und so weiter. Werde ich wahrscheinlich ein neues NZXT-System konfigurieren können. Und da wollte ich auch mal einfach so an die Jungs. Ich habe früher gute Erfahrungen gemacht mit Alternate zum Beispiel. Damals gab es so etwas Tolles, das hat sich PC-Konfigurator genannt. Das gibt es jetzt noch in ungefährer Form. Und meistens habe ich aus mangelnder Zeit und Möglichkeit, mich in alles einzulesen, den früher den PC-Konfigurator von Alternate benutzt und habe dann immer bei günstigen anderen Herstellern gekauft. Also quasi immer den einfach missbraucht, um mir den Rechner so schön zusammenzustellen. Ja gut, kennt man, um mal zu testen, ob es kompatibel ist dann so. Da kann man sich da schon etwas zusammenschicken. Und für mich war dann immer so das, hey, pass auf, ich bastel mir bei diesem Konfigurator zusammen und dann für circa ungefähr 25 Prozent weniger Kohle werde ich es dann woanders kaufen können. NZXT hat mittlerweile so etwas Ähnliches auf ihrer eigenen Homepage. Bei dem Konfigurator, den werden wir uns als Video wahrscheinlich mal angucken, kann man auch ganz viel einstellen und welche Games man zocken will. Das ist mehr so der clicky-bunty-Approach. Aber das ist ganz cool und das stellen wir demnächst mal auf den Prüfstand. Da könnt ihr euch schon mal auf was freuen. Das wollte ich mal austeasern an euch da draußen. Dann schaue ich mal, wieso ist denn sowas? Wie nützlich ist das auch für Gamer und für Leute, die es jetzt nicht hundertprozentig auskennen oder wollen? Und das werden wir uns mal angucken und dann können wir wahrscheinlich dieses System sogar behalten. Und es ist die einzige Möglichkeit für uns im Moment eine 3080 zu bekommen. 3080 ist nice auf jeden Fall. Oh ja. Und ich habe gleich mal vornherein eben die Klage gemacht. Pass auf. Du, wir nehmen nichts unter einer 3080, 20er Reihe. Die ist veraltet. Da könnte knicken. 3090 haben sie nicht im Portfolio. Ist auch überhaupt nicht möglich. Aber eine 3080 wäre schon echt cool. Wie kommst du auf die Idee, dass sie die nicht einfach eine 3070 aufdrücken dann oder sowas in die Richtung? Ja. Weil im PC-Konfigurator die einzige Möglichkeit im Moment, so viel kann ich spoilern, ist eine 3080 gerade zu kriegen. Die haben nur die 3080 im Portfolio. Ja gut. Und die möchte ich dann natürlich auch haben. Das ist auf jeden Fall mehr als nur nice. Richtig. Ja. Arbeite ich gerade mit einem Kollegen an einer schönen Webseite. ähm. Unter anderem auch mit einem PC-Konfigurator drin. Oh. Ich weiß nicht, wie viel ich da schon spoilern kann, weil das Projekt noch nicht wirklich ähm hochreif ist. Aber es geht halt darum, dass ähm, wir Systeme haben. Ja. So von 300 bis 2400 Euro ungefähr. Jeweils drei Systeme. Einmal für Gaming, einmal für Arbeiten mit hier Creative Work und einmal für Streaming. Ähm, vorgefertigte Systeme können dann in den Konfigurator geladen werden und können dann bearbeitet werden. Sowas finde ich ja prinzipiell immer nice. Wer es kennt, der PC-Build-Simulator. Oh, den habe ich auch ein paar Mal gespielt. Es macht natürlich. Hat tatsächlich auch irgendwie Spaß gemacht, dieses trashige Game. Ja, es macht natürlich Spaß. Er rechnet zusammen zu bauen und zu schrauben. Es macht Spaß. Und in solchen Sicherung, Umgebungen mal auszutesten, was man konfigurieren könnte oder vielleicht am Ende auch möchte, ne? Finde ich natürlich gut. Und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn jetzt solche Konfiguratoren im Allgemeinen angeboten werden, dass die Preise vielleicht etwas höher sind als der günstigste Schnäppchenpreis. Wenn man theoretisch da wirklich alles aus seiner Hand bekommt und zusammengebaut ist, dass das manchmal eine Zeit- und Nervenersparn ist, wenn das Ding sichergestellt ist, dass es funktioniert und so weiter mit Garantie, zack, zack, schipps mir. Mittlerweile muss ich sagen, das ist ein Luxus, der manchmal echt nützlich sein kann. Wenn man das Geld hat. Ich meine halt so eine Premium quasi dafür, dass du den PC dann sicher zusammengebaut bei dir, Chris, ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich meine, der Techniker, der es zusammenschraubt unter das Debug, der muss es ja auch irgendwo seinen Stundenlohn herkriegen. Und so ein PC zusammenbauen, wenn man es halt ordentlich macht, das dauert halt schon mal eine Stunde. Und dann bist du ein Stundenlohn schon los, plus Versand, Verpackung, was weiß ich. Finde ich absolut richtig. Solche Arbeit sollte auch gewürdigt werden. Deswegen verstehe ich, und das sind auch so von den Leuten da draußen, immer nicht den Hass gegen Fertigsysteme. Denn, wenn ich mir überlege, wie viel Terz und Probleme ich schon mit Neukomponenten hatte, oder mit Rechnern, die ich gebaut habe, oder mit Gehäusen, oder mit komischen Überspannungsschlägen, oder Netzteilen, die nicht richtig funktioniert haben. Siehe letzten Podcast. Ja, siehe letzten Podcast. Wenn ich mir das so überlege, dass da natürlich auch ganz viel Zeit und Kopfschmerz und Gedanken immer reinfließen, und dann muss man Fehler wieder beheben, und hat Angst, dass man in den RMA-Prozess muss, und so weiter und so fort, dann finde ich, ist so ein kleiner Aufpreis, ja wirklich ein kleiner Aufpreis, da ist ja nicht mal 16,5 Stundenlohn, wenn man sich überlegt, wenn die Leute das richtig debuggen und anschauen, woher. Das ist okay. Ja, meistens auf jeden Fall. Zahlt nur gerne mal, sonst auch teilweise bei Fertig-PCs dann ganz schöne Mondpreise, und das wäre dann natürlich wieder nicht gerechtfertigt. Absolut richtig. Was mich zu einem Thema bringt, worauf ich die Jungs auch schon mal ansprechen wollte, schade, dass der Dennis heute nicht dabei ist, der würde wahrscheinlich jetzt lachen und die Nase rümpfen. Ich bin vorgestern durch den Aldi gelaufen. Hab mir gedacht, gut, kaufe ich mal ein bisschen was zu naschen, und schaue ich mal, ob ich für meinen kleinen Sohn ein paar kleine Früchtchen und so weiter finde, und auf einmal sehe ich einen Gaming-Laptop. Diesen Medium Akoya da, oder was? Nix Akoya, Eraser, die Eraser-Reihe, die durfte ich mir schon mal zu Gemüte fügen, 2018, am Eraser-Stand auf der IFA, und da habe ich zum ersten Mal diese Gaming-Teile gesehen, und ich muss sagen, ich habe mir die Specs so angeguckt, dedizierte Grafikkarte, Terabyte SSD, NWMI, 1650, Full HD, i7, aber ich muss sagen, die sind echt preislich kompetitiv gut angekommen, liegen so von der Optik her, ich meine, ich habe das Ding jetzt in der Hands-On gehabt, aber ich war echt überrascht, dass man das im Discounter bekommt, liegen so von der Optik her und von dem Gefühlten her so beim Asus Toughbook. Jetzt ehrlich, die waren mal eine Zeit lang echt nicht schlecht. Problem ist, was du da an Hardware-Fort hast, ist halt echt einfach nur, um es aufschreiben zu können, das billigste, was du findest. Meistens macht die... Ja, ist schwer. Es ist einfach günstige Hardware, die sie verbauen, aber es ist halt eigentlich so ein okayes Prinzip. Mich hat einfach nur halt von Medium schon ganz früher mal der RMA-Prozess halt enorm abgeschreckt, genauso wie er es jetzt von Hewlett-Packard getan hat, deswegen ich mir weder Medium noch Hewlett-Packard jemals wieder überlegen werde, zu kaufen. Es ist auch so eine Sache, ist klar. Wisst ihr eigentlich, wo Medium und Tevion herkommen? Äh, gerade nicht so genau. Medium und Tevion ist eigentlich die gleiche Firma, mehr oder weniger, und kommt aus Finnland. Das ist ein finnischer Hardware-Produzent, der bei uns quasi verkauft. Guter Absatzmarkt in Deutschland, ne? Und die haben sich hier ihr Standbein erarbeitet, quasi durch die Kooperation mit Aldi Süd. Ja, nicht nur Aldi Süd, ich meine, Aldi Nord hat das Ganze ja auch im Angebot. Ja, aber später. Die kam später. Ja, aber solange ich mich eigentlich fast erinnern kann, ist das immer mit Aldi Nord ebenfalls hier so. Ich meine, ich wohne ja hier ziemlich genau an der Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd, also ich habe hier eine relativ ähnliche Entfernung, wenn Aldi Süd ist, ein bisschen weiter weg, aber ich kann das quasi schon fast vergleichen, was die im Angebot haben, weil es beides hier. Das ist cool. Ähm, das ist cool, weil dann kannst du mir auch mal, wenn da so Tech-Unterschiede drin sind, weil ich bin, ich bin insgeheim, ja, ich oute mich, ich bin ein kleiner Fan von Aldi Technik, weil es ist der einzige Discounter, der sich traut, in dieses Gebiet richtig reinzugretschen, immer noch. Die anderen haben da ein bisschen nachgezogen, Norma und so weiter, und die versuchen ja immer, günstige Technik quasi volkstauglich zu machen, mehr oder weniger. Hö, das böse Wort. Aber ich finde es interessant, dass der Approach natürlich immer noch gilt. Und ich finde auch sehr interessant daran, dass die Sachen, die sie anbieten, im Vergleich jetzt, nicht schlecht sind. Wenn ich jetzt vergleiche, ähm, Mediamarkt mit ihren Eigenprodukten, oder wenn sie Intenso-Sachen versuchen, zwanghaft den Leuten aufzudrücken, und ich vergleiche, was Aldi zum gleichen Preis liefert, bin ich immer schon ein bisschen überrascht. Also ich sage nur, ich habe hier letztens im Aldi Nord hier gesehen gehabt, die hatten hier ein Samsung Galaxy A20 hier verkauft, für etwas so 125 Euro oder so, das ist eigentlich ein vollkommen akzeptabler Preis für solche Dinge, und da wirst du im Mediamarkt für diese Preise mit irgendwelchen, irgendwelchen, ich sage mal, No-Name-Günstig-Geräten von Leoppo angezogen. Ja, ja, ich weiß ganz, oder ich weiß genau, was du meinst. Das ist so, da kannst du dir eigentlich schon fast besser beim Aldi einfachen, ordentlich, Anführungsstrich, ordentliches Gerät von Samsung kaufen, dann wo du weißt, dass es qualitativ verarbeitet ist. Ja, und das erschreckende, also für mich erschreckend, das Mediamarkt hat jahrelang um, sagen wir mal, kämpft immer noch um die Insolvenz und Umstrukturierung, weil die Leute immer weniger in dem Shop kaufen, und ich verstehe auch warum, genauso wie Saturn. Ja, also Saturn bin ich tatsächlich vor einer Weile mal gewesen, weil ich dringend eine SD-Karte und einen USB-Stick für einen Pi gebraucht hatte. Hast du bekommen? Ja, natürlich habe ich es bekommen, aber ich habe natürlich extra Premium bezahlt, und ich meine auch die 4A-Batterien, die ich für meinen Surface Pen brauche, habe ich dann natürlich auch bekommen, aber wenn ich mir angucke, für die Preise hätte ich drei Dutzend davon im Internet bei Amazon gekriegt, anstatt zwei Stück. Das ist richtig, und das ist auch das Problem. Saturn im Mediamarkt sind nicht mehr kompetitiv, und das Witzige ist, das Einzige, was technisch, natürlich nach Saison und nach Angebotswelle, noch kompetitiv ist, ist Aldi. Und das hat mich so erschreckt, genau dahin wollte ich, weil das sind ja eigentlich damals, oder die Technik-Allrounder-Giganten, die jahrzehntelang riesen Wärmung gemacht haben, und die haben den Kampf mit Online schon längst verloren. Ja, wobei ich meinen Saturn, habe ich tatsächlich auch letztens noch eine SSD gekauft, hier in Terabyte für jemanden, die war auch günstig, aber wir machen das. Was Speicher angeht, sind die immer noch echt gut. Ja, Speicher gut, die schmeißen dir USB-Sticks und so weiter hinterher, das ist klar, und günstige Festplatten. Oder auch hier MyBooks oder Easy Stores. Ja, die werden noch verramscht, aber das ist auch das Einzige. Alles andere kannst du theoretisch dort nicht mehr kaufen, preislich. Ja. Und es ist irgendwie, es ist merkwürdig, es ist richtig, richtig merkwürdig, als würden sie es gar nicht mehr versuchen. Sie hatten Zeit lang mal so dieses, hey, zeig uns einen günstigen Preis, und wir adaptieren ihn. Das haben sie ganz schnell abgeschafft, und jetzt wird das Ganze umgebaut, dass sie Trainings und Workshops und Tutorials anbieten wollen und die Einzelhändelläden abschaffen wollen. Und das führt uns zum Tod der regionalen Computerläden, den wir jetzt in kleinen Maßstab bei den eigenen selbstständigen Betrieben und so weiter schon hatten und bei den kleinen, schönen, heimlichen Läden, wo man nochmal ein Mainboard und ein Netzteil kaufen konnte. Die gibt es bei uns alle schon nicht mehr. Ja, die gibt es hier auch. Hier gibt es in einer zweitnächstgrößeren Stadt, sag ich mal, gibt es noch so zwei, drei solche Ableger, die noch so vor sich hin vegetieren, aber das ist mittlerweile auch eher Handyladen geworden, was da so ist. Also ich würde da auch nicht hingehen, also erstens müsste ich kilometerweit fahren, nur um dann ja Hardware kaufen zu können, zweitens wäre die preislich nicht mal attraktiv und Auswahl ist halt auch. Und wisst ihr, was mir da fehlt? Die heutige Generation, die jetzt so gerade mündig wird oder an die Techniker ankommen, die kennt das Gefühl gar nicht mehr. Wenn du hinfährst zum Laden, kaufst dir alles vor Ort, hast es schon in der Hand und freust dich, weil du es auf dem Heimweg schon hast und vielleicht packst du es auf dem Heimweg schon aus oder schaust rein, weil du dich so freust, dass du es daheim benutzen kannst. Diese Vorfreude, diese so richtig Euphorie, du hast gerade was gekauft und das ist so toll und dann liest du dir sogar, was niemand mehr macht, von außen in die Hülle durch, einfach um die Specs nochmal zu lesen, weil du dich freust, dass du gerade was Neues in der Hand hast und du kannst es gleich ausprobieren und das ist alles futsch. Ich möchte bitte, dass sich unsere Zuschauer jetzt einfach wirklich bildlich vorstellen, wie Alex da jetzt mit einem Fuß auf Kupplung und Gaspedal steht, dann hat eine Hand am Schaltknüppel und eine am Lenkrad hat und dabei so eine CPU auspackt. Ja, es ist schlimm, meine Frau schimpft schon, dass es heute so ist. Früher war es so, dass mein Dad natürlich gefahren ist und ich darf den Beifahrersitz schon mal angefangen mal auszupacken und der muss schon mal lachen und jetzt ist es so, dass wenn wir aus dem Haus gehen, Mittag rum oder zu ähnlichen Uhrzeiten und ich gehe an den Briefkasten und ich finde was im Briefkasten, dann nehme ich es immer raus und nehme ich es mir schon mal mit und sie schreibt mich schon mal an, ich soll den Scheiß lassen und kurz bevor ich losfahre, hacke ich dann am Fahrrad und fange dann schon mal an auszupacken. Ja, andere haben so eine leere Burgerverpackung auf dem Armaturenbrett, Alex, so irgendwelche Technik. Ja, leider echt so. Aber es ist halt, keine Ahnung, ich liebe Überraschungen und auspacken und alles, also die Mystik, die ich als Kind dafür verspürt habe, die habe ich mir so gut es geht bewahrt. Weil das sind so die kleinen Momente, die machen mir eben Freude. Weiß nicht, geht es euch auch so oder ist das völlig daneben? Als man früher dann im Mediamarkt, selbst wenn ich mir eine Powerbank oder so gekauft habe, habe ich sie auf der Fahrt nach Hause ausgepackt, habe mir die Anleitung durchgelesen, habe ich mir die Anleitung durchgelesen, habe ich mir die Anleitung durchgelesen, ja, ich verstehe es. Weißt du, was halt witzig war, so das letzte Mal, als ich mir im Mediamarkt tatsächlich dann so eine Powerbank gekauft hatte, da brauchte ich dann halt die Powerbank dann auch und habe dann halt auf dem Weg nach Hause, weil ich keine Schere hatte, so lange an dieser Blisterverpackung hin und her geknickt, bis sie irgendwann Materialermüdung sie geöffnet hat. Die guten Frustverpackungen, ich liebe sie, ich habe mir so oft den Finger geschnitten da dran. Ja, das habe ich tatsächlich noch nie wirklich geschafft, aber ich habe die Dinge auch immer, wenn ich keine Werkzeuge hatte, so einfach durch Materialermüdung halt, einfach umfalzen, 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 umfalzen und dann nochmal 20 Mal und irgendwann bricht das Ding halt einfach auseinander. Ja, das ist quälig, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe mir mal voll ins Zahnfleisch geschnitten dabei. Das ist ohne Witz nicht cool. Und dann blutet die Fresse und das Ding ist immer noch nicht offen. Ja gut, so weit war ich noch nicht, aber ja, das hat mir getan. Und dann sieht Alex aus wie der letzte Freizeit-Vampir, aber hat seine Technik immer noch nicht in der Hand. Ja, ich habe mir echt gedacht, die Leute, die an mir vorbeilaufen, müssen mich für blöd halten, wie ich an dem Ding rumknabber und rumziehe mit einer Zähne. Super. In dem Alter war mir das egal. Ich meine, manche Leute kauen halt auf Kaugummi und andere auf Zerbius. Aber das bringt uns zu was. Also ich, sagt mal da draußen, ihr Podcast-Zuhörer und Liebhaber, findet ihr das auch? So könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Ich vermisse das. Weil auch, ja, Amazon und du lieferst was und es kommt da an und dann sagt er dir in deiner Tracking-Verfolgung, jo, es ist heute da. Es kommt um 10 Uhr, dann ist 10 Uhr eins. Ja, nee, es kommt doch morgen. So Tracking-Verfolgung finde ich ja echt witzig. Und die Enttäuschung, die Enttäuschung in dem Moment. Ja, weißt du, was ich letztens gesehen hatte hier, als mir so ein Ding hier per DHL geliefert wurde? Mhm. So, da ist halt die ganze Tracking-Verfolgung, ist halt so, da kam es schon so und die haben so eine Live-Verfolgung implementiert anscheinend jetzt auch so, dass du so siehst, wo ungefähr ist dein Ding in da? Mhm. Und da siehst du so, wie so an so einer Straße, die gerade noch neu ist, rumstehen, da haben sie dann wirklich zwei Stunden gestanden. Ja, macht der Typ jetzt Mittag? Wahrscheinlich hat er einem dann den Transponder ausgeschalten oder sowas, das ist ganz toll. Ja, aber das ist ja witzig, selbst wenn das ja nur sieben Lieferungen noch gewesen wären, dann hätte es ja keine zwei Stunden gedauert, sieben Pakete hier in dieser kleinen Ortschaft wegzubringen. Mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Es klingt jetzt, es klingt jetzt richtig gemein, ne? Ja. Ich musste mal drauf raus, ich hab das überhaupt erst angefangen, dieses Thema in der Hinsicht, ne? Weil ich sehr frustriert bin. Der Arbeitsspeicher für unsere Testbenches hätte am Freitag kommen sollen. Und das Tracking hat dann immer gesagt, ja, kommt morgen, kommt morgen, kommt Montag, kommt Montag. Immer so, am nächsten Tag ist es da, hat Pat Zellück gesagt, ne? Ganz hohe Algorithmenwahrscheinlichkeit. Heute hab ich mal drauf geschaut, ja, es ist immer noch in Bangladesch. Äh, ja, das erinnert mich jetzt daran, wo hier so ein Ding per GLS geliefert wurde, hier bei uns. Der Fernseher für den Wohnwagen, der neue. Mhm. So. Ich so, hier schon extra früh aufgestanden, so, damit ich das Ding annehmen konnte, weil ansonsten darfst du das Ding suchen, irgendwo. In der Nachbarschaft oder so. Weil, wenn der Pecher steht da drauf, abgegeben, bei Nachbar keine Werbung. Oh, der wird vor der Tür einfach abgelegt, hatte ich auch schon. Ja. Ich meine, ich hatte sowieso erst mal einen Zettel, schon mal einen Briefkasten, geklebt gehabt, äh, wenn die nicht da mit dem Paket, bitte da in den Anhänger legen. Hm. Ja, aber wenn der Nachbar schon keine Werbung heißt, dann werden sie den Lesen haben. Ja, es ist schon klar, aber man kann ja zumindest drauf hoffen, aber an sich dann so, äh, ich drauf geguckt dann so, ja, Paketverfolgung immer noch. Ja. So, kommt angeblich zwischen, äh, 10.30 Uhr und 12 Uhr, ja, gewartet unten, Kaffee getrunken, bisschen mich über das kaputte Internet geärgert, und dann irgendwann nochmal drauf geguckt, äh, ja, kommt innerhalb der nächsten drei Werktage. So, weil einfach es nicht mal zum Zielpaketzentrum geschafft hat. Sehr schön, sehr schön. Ich hab da noch einen Spank, dann sollte man mal nicht mehr über langweilige Pakete reden. Dafür haben wir doch den Podcast für genau Themen, wo wir die Zuschauer dann nur animieren können, wenn sie abschalten wollen, dann lenken sie einfach jetzt ein bisschen rechts gegen den Baum und dann ist da doch alles. Junge, Mensch, denk doch nicht immer so. Was denn, das ist doch nicht, ich meine, die Zuschauer werden jetzt bestimmt schon in die, je nachdem, welche Plattform sie haben, Kommentare schreiben, von welchem Podcast ich das geklaut habe. soll ich sagen, es ist ein Kirschbaum, eine Allee. Nicht verraten, nicht verraten. Nein, nein, ich, ähm, Jungs, die Saskia hat neulich was gekauft. Ein Geschenk für ein kleines Kind, das hatte Geburtstag, ne? Ja. Dieses Kind hat ihr, hat sein Geschenk niemals bekommen, niemals. Und wird es auch nie wieder bekommen, denn die GLS-Fahrer haben gemeint, sie müssen das Paket liefern, zu einem Zeitpunkt, an dem wir zu Hause sind, aber deklarieren, dass wir nicht zu Hause sind. Und was ist die einzige logische Konsequenz aus diesem Move? An Paketshop liefern? Ja, das würde so mancher denken. Zurückliefern. Nach Asien. Beides war nicht der Fall, das Paket ging zurück in das Hauptvertreter der Zentrum 100 Kilometer von hier und sie soll es doch bitte dort abholen. Es ist aber leider nur ein 8 Euro Kinderspielzeug. Und für ein 8 Euro Kinderspielzeug fährt man leider keine 100 Kilometer Spritgeld einfach. Ja. Ja. Und das Spielzeug liegt bis heute im GLS-Shop, der jenseits von Hof irgendwo auf der Autobahn Richtung Münchberg liegt und wird von uns nie abgeholt werden. Mach dir doch bitte einfach mal den Spaß. Solltest du zufällig irgendwann in ein paar Jahren oder so mal dort entlangfahren, geh dann mal vorbei und versuch es abzuholen und guck mal, ob die es tatsächlich da seit Jahren irgendwo im Regal aufbewahren. Es ist awesome. Also Zuschauer, falls ihr irgendwo in der Nähe wohnt. Alex, schickt euch die Paketnummer, ihr könnt dann gucken, ob ihr das abholen könnt. Ihr könnt es haben. Ich meine, du musst dir die Dreistigkeit überlegen, dass es über 100 Kilometer wegbringen und sagen, holt es euch selber. Kein Paketshop, kein Zettel im Briefkasten, nichts an die Nachbarn, gar nichts. Ja, es ist wow. Je nach Anbieter ein Graus. Falls es an dem Tag, an dem es ankommt, sollte überhaupt ein Paket oder ach. Ja, falls es überhaupt dort war und die nicht einfach gesagt haben, jo, wir machen mal Feierabend. Aber das ist jetzt ja nicht unser Problem. Das Paket, das sollte einfach nicht sein, das wollte einfach nicht, ne? Ja. Das wollte einfach nicht. Ich habe ein schönes neues Projekt im Moment. Ich habe nämlich was rausgefunden. Wollt ihr das wissen? Ja, hau raus. Erzähl. Das lohnt sich jetzt nicht so wirklich für eine Video-Idee, aber normalerweise kennt ihr ja PWM und ganz normale Lüfter, ne? Entweder habt ihr RPM oder PWM-Steuerung, ne? Klar. Ja. Die ist ja völlig unnötig eigentlich im Endeffekt, weil du brauchst ja nur die 12-Volt-Schiene und Widerstand. Ja, kannst Voltage-Regulation machen, auch wenn du halt da immer Leistung auf den Widerstand verbräst. Ja, aber das ist eigentlich kein Thema und ich habe rausgefunden, wie die sich ganz einfach steuern lassen ohne Lüfter-Steuerung und das finde ich ziemlich geil, weil also es gibt für 1,50 Euro gibt es kleine Knöpfe, das sind touch-sensitive Knöpfe, einfach die wie ein Day-Potty wirken und die kannst du ganz einfach zwischen die Lüfter klemmen, 12 Volt, Passt. Und du sparst dir jegliche Kosten für Lüfter-Steuerung oder ähnliches, weil 1,50 sind halt so super billig und du kannst auch noch mit Touch einen ausschalten oder die Stärke wählen. Alex? Ja? Das kannst du echt sehr viel billiger noch selber machen, indem du dir einfach so ein paar Linear-Regler ein Poti kaufst und dann kannst du dir eine Lüfter-Steuerung komplett einfach selber bauen. Die hätte ich doch auch hier, ich habe ganz viele Poti und Hebel, aber ich wollte es mit Touch haben, das ist ultra flach, sieht ultra gut aus und ich konnte es mit Heißkleber ganz flach auf meine Tuchler kleben. Ja klar, also diese LED-Steuerungen sind interessant, habe ich auf jeden Fall auch eine von hier, aber ich habe mir meine Lüfter-Steuerung also entweder halt direkt über einen Step-Down-Converter gemacht, den ich drehen kann, habe ich hier im PC drin, da laufen die ganzen Lüfter, die optional zuschaltbar sind und hier noch Luft durchdüsen lassen. Ansonsten halt einfach, kann ich gerne auch mal irgendwo online stellen oder so, ansonsten, wenn ihr das googelt, findet ihr die Schaltung, die ist echt einfach. Ihr nutzt einfach nur die Spannung, die zwischen den beiden Potenzialen irgendwer rauscht gerade extrem. Aber das sollte dann wieder passiert sein, sobald die Versage schätze ich mal. Aber du kennst halt ja schon, wenn du einfach nur, wenn Lüfter auf quasi Dreiviertel-Leistung haben willst und den deswegen nicht an 12 oder 5 Volt anschließen kannst, weil bei 5 Volt läuft er vielleicht noch nicht, weil 12 ist er zu laut, dann steckst du einfach den Pluspol in den 12 und den quasi Minuspol einfach in die 5 Volt rein und dann läuft er mit der Differenzspannung dort. Ja, das kann man auch machen, aber normalerweise trägt sich das sogar noch ein bisschen leichter. Ich erzeuge einen künstlichen Widerstand. Ich mache das immer mit einem Linearregler einfach dann und einem Potie, der das Ganze dann einfach je nachdem einstellt, wie viel du da noch rüber wegschiebst. Willst du den easysten Trick der Welt haben? Dass du gar nichts brauchst, außer ein Stückchen Alufolie? Du schneidest das Kabel an der Stelle durch, wickelst Alufolie dazwischen, der Widerstand ist hoch genug und passt. Du kannst auch einfach einen Bleistift nehmen, so eine dicke, fette Linie malen und dann einfach daran entlangsliden. Dann hast du sogar noch direkt einen Potie, den du so schieben kannst, Habe ich witzigerweise für ein Musikinstrument mal gemacht. Ja, malst du dir dein GoXLR selber? So in der Art, ja. Technik ist ja was Schönes. Also in der Theorie würde es funktionieren. Ja, auch in der Praxis. In der Theopaxis auch. Das ist eigentlich ganz witzig. Aber brauchst du halt noch echte Bleistifte mit Grafit, dass es heutzutage nicht mehr so gang gebe. Ach, da kriegst du noch genug. Also an sich, sobald du die nimmst, die wirklich B sind, B9 oder so, die wirklich, wirklich weich sind und für so dunkles Zeug sind. Nein, nix HB. B9 oder so. Ja, die sind wirklich so weich da. Die musst du nur leicht andrücken und dann hinterlassen die schon richtig dicke Striche. Die haben wir auch früher immer. Mussten wir uns extra für einen Kunstunterricht auch anschaffen, solche super weichen Bleistifte fürs Porträtieren. Und die waren dafür super geeignet. Okay, cool. Wusste ich gar nicht. Ich habe das mit Kohlestiften gemalt. Ja, HB ist ja genau der Übergang zwischen H und B. Deswegen, das sind ja die härteren und weicheren Stufen. Ja, so mittelweich. Das fand ich eigentlich immer ganz angenehm. Ja, klar. Aber halt B ist halt extrem so, die Dinger darfst du eigentlich die ganze Zeit durchgehend anspitzen und sie sind nie wirklich spitz, weil sobald du die Dinger spitz hast und anfängst, den Strich zu machen, sind sie wieder rund. Nach einem Zentimeter ist der so rund, dass das schon wieder normal ist. Also du kannst das Ding wegspitzen wie sonst was. Aber die Dinger malen halt gut dicke Linien und sind für sowas extrem geeignet. Ich sollte mal wieder zeichnen. Habe ich immer echt gern gemacht, war im Prozess auch. Also ich hatte ja auch, das wissen die Zuhörer wahrscheinlich gar nicht, hatte jahrelang privaten Kunstunterricht. Auch nicht nur im Zuge, aber auch im Zuge meiner Designbewerbung, Studium, was ich machen wollte. Und ich habe echt viel gemalt, viel gezeichnet. Das geht mit der Zeit auch ein bisschen verloren, solche Leidenschaften. Natürlich ist das Ganze ersetzt worden durch eine viel größere Leidenschaft, die ein bosenloses Fach ist, die auch mein Geld einfach so frisst wie ein kleines Krömmaster. Technik ist schon was Schönes. Manchmal geht mir aber der kreative Aspekt auch ein bisschen verloren. Man hat als Erwachsener gar nicht mehr so viel Zeit dafür. Das ist echt schade. Ja, ich habe in der Kunst noch nie wirklich so meine wirkliche Intention gesehen, so das zu machen. Kunst hat keine Intention. Und Kunst ist dazu da, um einen Trieb zu befriedigen. Einfach was auch immer ist, was dich beschäftigt, ob es Emotionen sind, ob es Gedanken sind, wo du malst einfach gerade, was in dir vorgeht. Oder baust es oder tust es. Das ist schön. Der Zustand ist Flow. Weißt du, wenn du das schon so gut analysieren kannst, dann wirst du mir es doch bestimmt sagen können, wenn ich dir beschreibe, was meine Kunstlehrerin früher teilweise für Bilder gemalt hat. An sich, ich meine, die war auch super, da konnte man super Social Engineering dran lernen, weil laut, man kann übrigens immer sagen einfach, wenn man vorbeiläuft, oh, das sieht aber schön aus und dann hat sie sich schon gefreut und du hast eine bessere Note gekriegt. Das ist Selbstbewusstsein. Kunstlehrer sind in der Hinsicht schwierig. Gescheiterte Künstler. Ja, aber das ist so, ich meine, ich finde es sowieso witzig, wie man Kunst beurteilen will, wirklich. Ja, ich finde es sowieso überhaupt schön. die Technik, die du anwendest, aber nicht die Kunst an sich beurteilen, aber an sich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil sie hat weder mit einem Pinsel gemalt, sondern sie hat mir so eine Wandfarbrolle gemalt die ganze Zeit. Das heißt, sie hat eigentlich so ihre Leinwand mehr oder weniger so angestrichen. Expressionskurs, ja. Aber dann auch mit so vielen Lagen ist es im Endeffekt alles immer derselbe Matschbraunton geworden. Ich habe mich irgendwie gefragt, man darf es eigentlich nicht werten, wenn das jemand für sich selber macht, weil das ist etwas ganz Komisches. Die Leute streiten sich bei Kunst auch immer und das streiten sich aber auch in der Technikwelt. Überall streiten sie sich dann. Ist das Kunst, kann das weg. Aber eigentlich kannst du Kunst nicht bewerten, weil wenn du etwas selber für dich von Wert schaffst, dann hat keiner eigentlich ein Recht darüber zu urteilen. Ja, gut, aber ich meine, ich habe auch schon mal so mir tatsächlich wirklich das, also das mit dem oder kann das weg, habe ich mir bis jetzt erst ein einziges Mal gedacht und zwar da, als wir so eine Exkursion in so einem Museum in Münster gemacht hatten. Da war ich auch schon. Wo es so ein Exponat gab, das irgendwie so im Endeffekt schon mal restauriert werden musste, weil es von Maden befallen war. Ich weiß nicht, ob das gehalten ist. Nee, das geht nicht. Jedenfalls war es eigentlich so, ich fand irgendwie, das sah so aus, als hätte irgendwo diese Saison-Biotonne, die halt nur halbe Jahr abgeholt wird, benutzt im Winter so und das wird so den ganzen Tag so den Rest des Jahres da so drin schon rumkompostieren und so sah dieses Kunstwerk aus, weil es war im Endeffekt Biomüll, der dort lag. Toll, wunderschön toll, toll. Es hat dementsprechend einen speziellen Geruch verbreitet. Der gute künstlerische Anspruch, ne? Und dann habe ich mir wirklich so gedacht, wie kann man dieses Kunstwerk irgendwie eigentlich hoch in den Himmel loben? Ich kann an der Biotonne riechen und kriege dieselben Gefühle. Das erinnert mich an einige Ausbrüche, die ich mitbekommen habe. Künstlerisch jetzt vielleicht mehr oder weniger, aber es gab sehr viele Design-Choices im Laufe meines Lebens, die als Kunst verkauft werden sollten. Angefangen von merkwürdigen Nokia-Handys zu sehr merkwürdigen Spiele-Controllern. Erinnert euch an das Endgame? Nein, das war vor meiner Zeit. Damals wurde schon mal ein Versuch durchgeführt, sowas wie eine PSP oder so umzusetzen, aber gekoppelt mit einem Handy, sehr breit, hatte kein Standard-Layout, die Tasten waren alle gekräuselt. Oh, das kann ich, das habe ich mir irgendwann mal gekauft gekauft. Ja, und dann wurden dann die Spiele über MMS und GPRS, wer es noch kennt, Edge-Technik wäre dann Luxus gewesen, von der Geschwindigkeit her. Darüber wurde Abgleich betrieben. Es war noch zu Zeiten des guten alten Jamba-Sparabos, falls ihr es noch kennt. Crazy Frog. Ja, das ist aber schon fast zu neu. Also Crazy Frog ist schon fast zu neu. Und so viele Spielereien wurden da betrieben, um quasi neue Dinge anzustoßen. Das war die Zeit der Innovation. Sagen wir ungefähr im Zeitraum 1995 bis 2006. Das war so die Hochzeit der technischen Innovation. Das ist alles ja auch wieder weg. Wir sind ja in der Gleichschaltung, ne? Außer Nintendo, die haben aber das Gleiche schon mal vor Jahren gebracht. Schon mit dem Nintendo DS, wo sie es mit Dual Screen probiert haben und schon vorher mit der Game & Watch Series haben sie es eigentlich auch schon am Laufen gehabt mit dem Dual Screen. Das heißt, das ist auch eigentlich nur ein Rebranding. Und im Moment sind wir technisch an einem Stillstand angekommen, wo sich keiner mehr traut, etwas Extravagantes zu machen, weil alle zu sehr Angst haben vor Verlust und deswegen fahren sie die gleiche beständige Schiene so lange weiter, bis sie ausgebeutet ist und es nicht ansonsten mehr übrig bleibt. Und das passiert ja nicht nur technisch gesehen. Das haben wir überall. Im Moment ist es ein Riesentrend. Habt ihr in letzter Zeit mal Radio gehört? Ja, und dann kam die Seitenbacher Werbung und dann habe ich wieder ausgemacht. Meine Frau und ich hören notgedrungenerweise sehr, sehr viel Radio. Autofahrten zur Arbeit und so weiter. Und alles, was im Radio im Moment läuft, alles, sind gesampelte 90er und 80er Jahre Songs, nichts anderes, die mit neuem Upbeat oder schlechten House oder Trapbeat versehen wurden. Und das ist alles, was läuft. Ja. Das war eigentlich noch nie wirklich meine Musik. Also die meisten Radiosender hier, so mit denen kannst du mich eigentlich eher verjagen. Für mich ist das natürlich wieder eine sozioökonomische Studie. Das ist immer, ich studiere die Menschen gerne, als Außenstehender. So aus der dritten Perspektive schaue ich mir immer so an, was machen denn diese kleinen Wusel-Lebewesen so und warum machen wir das? Das zeigt, dass es aber insgesamt ausgelutscht ist. Es gibt keine Kreativität mehr in keinem Bereich und das ist irgendwie traurig und man besinnt sich sowohl in den Filmen, in den Videos, in der Musik, in der Technik, in der Kunst, man bedient sich immer wieder alten Dingen. Das ist so wie die Renaissance in Schlecht, weil nichts wiedergeboren wird, sondern man sieht, es ist ein schlechter Abklatsch und möchte sich irgendwie an der Nostalgiewelle erfreuen, so wie an J.J. Abrams Star Wars. Da ist ein bisschen was auf, aber man möchte die Nostalgie mit aller Gewalt fühlen, das ist irgendwie traurig. Ja gut, ich meine, ich finde, da kann man sich die Songs fast einfach im Original anhören, die alten Teile. Ja, das mache ich auch. Ich höre die im Radio und dann denke ich mir, okay, mache ich mein Handy an und höre mir den Song im Original an, oh, das ist viel besser. Ich brauche da kein Trap-Upbeat drüber. Ja, ich meine, das ist halt auch wahrscheinlich so ein bisschen Geschmackssache dann, ob du Trap-Upbeat haben möchtest. Ich meine, es gab auch Leute, die stehen auf Chipmunks. Ja, ich mochte Chipmunk-Musik auch eine Zeit lang, egal. Frage ist, bin ich einfach alt? Ist das sowas, was man sagt, die neue Generation macht nur Scheiße? Bin ich schon angekommen? Da bist du auf jeden Fall schon ein bisschen angekommen, aber Musikgeschmack ist sowieso immer so. ich meine, Musikgeschmack, ich meine, ich höre ja auch ab und zu mal so, wenn ich ein anderes Auto hier gerade nehmen muss, dann, außer das, was ich immer nutze, weil aus dem Grund das belegt ist hier von jemand anderem. Wenn mein Vater das zum Beispiel nimmt oder so, muss ich, und gerade weg muss, dann nehme ich hier ein anderes Auto und das hat dann vielleicht, wenn ich Glück habe, gerade hier, habe ich ein Klinken-Kabel dabei und kann es anschließen. Ja, deswegen bin ich zum Beispiel auch immer noch da hinterher, dass ich einen Klinken-Stecker im Handy brauche, aber das ist jetzt eine andere Story. Aber ansonsten gibt es da halt Radio und dann kann ich halt hier auswählen zwischen WDR 2 bis 5 und 1 live eigentlich. so ziemlich. Und noch so ein oder zwei Lokalradios. Und es ist dann halt, ich sag mal, ja, also, ich meine, ich höre eigentlich eher dann so Richtung 1 live so, weil das ist so die Musik so, die am ehesten noch vielleicht Richtung wirklich modern geht, vielleicht mal, aber dann wechselt sich das auch wirklich so ab, dass der Sender keine richtige Linie hat, sondern die spielen wirklich dann gefühlt dieselbe Playlist und ab und zu irgendwelche neuen komischen Rap-Songs da rein, die mich da schieben. Ja, das müssen sie aber. Das ist die Pflicht. Die müssen ja so und so viel Deutschanteil mit reinbringen, was in den Charts läuft, sonst dürfen sie es nicht abspielen. Ja, aber dann sollen sie doch irgendwas anderes machen. Ich meine, es gibt so viel Zeugs. Du hast es verkäuft. Hast du mal die deutschen Charts angeschaut? Hast du mal wieder MTV eingeschalten? Gut, jetzt rede ich, jetzt rede ich, wir fangen gar kein MTV, aber unsere Satellitenschüssel ist sowieso kaputt. Ich habe Telekom, ich habe Telekom-Kabel-Dings, ich habe das komplette Programm und wir haben MTV, meine Frau und ich haben uns den Gag gemacht und haben MTV gesehen zwischen arabischem, deutsch-Rap und Abfall, ist da nur noch mehr Abfall, 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 Frauenverachtender Abfall, Menschenverachtender Abfall, ich bin Gangster so hart und ich erschieße euch alle oder ich habe den Größten der Welt oder Frauen sinken drüber, wie Frauen niedere Lebewesen sind, also ganz schlimm und ja, das mag jetzt klingen, als wenn der alte Mann schimpft. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was bei mir auf dem MP3-Player ist, wenn ich dieses Zeug satt habe. Ich habe Murder Dolls, im Moment ein bisschen Slipknot, ein bisschen Planlos und Wieso, gepaart mit Lindsay Lohan und, was ich wieder entdeckt habe, ist Avery Levine. Also das Ganze gepaart mit Slipknot ist schon irgendwie... Mit Skrillex habe ich auch noch ein bisschen Slayer und ab und zu zwischendrin Glitch Shop, vielleicht kommt darauf an, ich habe, ich mag, ja, ich gebe es zu. Ihr kennt diese Genre, in der man Musik ganz, ganz high-pitched wiedergibt. Ja. Finde ich auch fancy, habe ich ein paar Tracks drauf, ist lustig. Und dazu natürlich noch Oldschool Pennywise und ein bisschen Punkrock. Vielleicht findest du auch bei mir nochmal was Härteres, ein bisschen Defq-Core-Metal oder Tool, das neue Tool-Album habe ich auch drauf. Aber ja, das ist meine Mischung. Also ich weiß nicht, ob ich alt bin, ich bin auf jeden Fall verrückt. Aber das, was im Moment läuft, damit kann ich mich nicht identifizieren. Ja gut, ich meine, ich bin halt auch eher so der Typ, so bei mir schlägt Spotify, wenn ich halt auf die Suche gehe, dann so erstmal so, möchtest du aus Album-Genre Metal oder möchtest du aus Album-Genre Rock? Und das ist so, das ist so Mainline, was ich irgendwie so höre, oder so. Ich kann es nicht hundertprozentig definieren, es ist auch ein riesen Streitpunkt. Ich will da jetzt auch niemanden auf den Schlips treten, indem ich jetzt sage, das ist jetzt Rock, das ist Metal und so weiter, weil die Grenzen sind meiner Meinung nach teilweise wirklich fließend, da was schon in welche Richtung geht. Musik-Genres haben sich über die Jahre sehr geändert. Was früher Black Metal genannt wurde, ist es heute nicht mehr und umgekehrt. Genauso, wenn du dir Artists und Künstler anschaust aus den frühen 70er Jahren und wenn du von The Exploited zum Beispiel noch kommst, wenn du von der Grind- und der Sexploitation-Schiene vom Videografie kommst und zur Audiografie gehst und wie Sachen früher natürlich als hart bezeichnet wurden und heute würden sie als Pop-Teuch gehen, die Grenzen der Stilrichtung sind extrem. Du brauchst dir nur Dubstep anschauen, wie er in den frühen Jahren 2010, 2011 war und Dubstep, wie er 2018, 2019 war, die Progression. Du würdest den ersten Dubstep nicht mehr Dubstep nennen. Schau, wie es entwickelt sich. Ja gut, Dubstep habe ich teilweise ein bisschen was gehört, als wir in der Schule waren. Ein bisschen war teilweise aufgelegt worden. Da war 2013 so die Ecke. Das sind so meine Dubstep-Kenntnisse raus quasi. Ich fand es immerhin noch, es klingt meistens so, als würde mir der Audiotreiber von Windows gerade abstürzen und dann ein bisschen Autotune drüber, aber Geschmack. Das, was du meinst, sind die Extremisten. Es gibt immer Extremisten, wo sich was nicht gut anhört. Melodisch findest du aus jedem Genre was, was dir gefällt. Aus jedem Genre findet man etwas, was einem gefällt, aber es muss gut sein. Challenge für dich, such mir was aus dem Schlager, was mir gefällt. Alexander Markus, aber das ist Elektrolore. Ja. Aber das zählt noch als Schlager, denke ich. Elektrolore zählt noch als Schlager. Ja, aber das sind schon wieder Grenzgebiete. Aber dieser ganze Partyschlager, so mit dem ... Ja, die Arzten, davon müssen wir nicht reden. Aber Alexander Markus macht das ja aus Satire. Ja, klar. Ich liebe den Kerl. Meistens eher so kriege ich das Bedürfnis irgendwie so, wo ist der nächste Sicherungskasten? Und was kann ich da reinkippen, damit es wie ein Unfall aussieht? Das ist eine schöne Studie. Moritz hat noch recht wenig gesagt, ist mir gerade aufgefallen. Aber da muss ich noch kurz reinquetschen. Ja, das hat er. Muss ich noch kurz reinquetschen. Wusstest du, dass die Menschen auf Metal am sichersten Auto fahren und auf klassische Musik am aggressivsten und waghalsigsten? Aber auf klassische Musik schlafen sie am besten ein. In der Tat. Merkwürdig. Ich meine, ich ... Ich kenne es ja selber so. Ich meine, du kannst ... Ich habe komplette Playlisten, die quasi so fürs Autofahren auch ausgelegt sind von mir. Weil ich sortiere meine Playlisten teilweise nach Stimmung, teilweise nach was mache ich dazu und teilweise wofür sind sie ausgelegt. Sind sie fürs Autofahren ausgelegt? Sind sie einfach quasi Allrounder-Playlist, wo ich einfach Songs, die ich mag, reinschmeiße? Dafür nehme ich diese Plus-Funktion bei Spotify, die sie mittlerweile in Herzchen geben, umbenannt haben. Weswegen jetzt alle Songs, die ich damit mal versehen habe, als meine Lieblingssong deklariert werden. Au. Das ist so ein Fail. Deswegen fragt mich jeder, wieso ... Hä, hä, wieso ist denn das in deiner Playlist Lieblingssong? Ja, die hat Spotify umbenannt von Songs in Lieblingssongs. Das ist schön. Jungs? Andere Geschichten, so dann gibt es halt immer ... Ich möchte euch zu was einladen. Und zwar, wenn das ganze Corona so krumm ist, dann lade ich euch mal ein. Ich habe nämlich eine, vor anderthalb Wochen, eine komplette Dual 100-CD-Spindel gefunden, wo all meine alten MP3-CDs aus meiner Kindheit da sind. Ja. Und ich hätte Bock, die mal mit jemandem durchzugehen. Einfach, weil, klar, nicht beschriftet. Und das sind noch so uralte Nero Burn-MP3-CDs. Die sind nur durchnummeriert. Da sind keine Titelnummer, nichts drauf. Das konnte damals der DVD-Player noch nicht abspielen. Und ich möchte da echt mal so ein Überraschungsscreening machen. Das fände ich wahrscheinlich interessant. Sag Bescheid, dann komme ich vielleicht mal vorbei. Nein, das habe ich mir gedacht. Das wäre fancy und da hätte ich voll Bock drauf, dass wir das mal machen. So, naja, ich schätze mal, wahrscheinlich Ende nächsten Jahres wird das möglich sein, was die aktuellen Beschränkungen angeht. Aber ich hätte voll Bock drauf. Ich meine, die aktuellen Beschränkungen sind so, man kann es momentan privat immer noch reisen, aber es ist wahrscheinlich... Wir sind dunkelrot und es wird auch noch schlimm. Ach, ihr seid dunkelrot? Ja gut, bei uns ist es, glaube ich, ich glaube, wir sind mittlerweile hier in dem Kreis, im Kreis bei 80, 85 oder so. Aber hier in der Gemeinde sind wir tatsächlich fast, haben wir, glaube ich, irgendwie zehn Leute oder so, die Etappen oder so. Wir bekommen definitiv einen zweiten Lockdown. Ja, definitiv. Unser Inzi wert ist schon über 90 hier. Also, das ist unvermeidlich und es wird noch mal scheußlich. Es wird sogar wahrscheinlich noch ein-, zweimal scheußlich werden, weil wir haben noch dann die Frühlingswelle und so weiter. Wir wissen ja, es ist wie die Grippe, im Sommer ist es weg, ne, bla. Du kannst ja dir diese experimentelle russische Impfung reinhauen. Ach, du meinst Krokodil? Ich habe auch viel davon gehört, soll gut wirken. Ja, ich nehme die Frage, gegen was? Alles, alles. Wie war das, du bist gegen den Baum? Du bist danach fehlerfrei. Du bist danach absolut fehlerfrei. Du hast danach Regeneration. Siehst zwar aus, als hätte ich einen Bus überfahren und... Die Platte ist danach voll formatiert. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Als wäre ich vom Bus überfahren und Willett blend, aber... Ja. So. Das ist geil. Jo, Jungs, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder ein gutes Zeitlimit für so einen Podcast von 45 Minuten erreicht. Ja, wir können ja auch eine Stunde anpeilen. Ja, da geht einiges bei Podcast. Ja, aber ich denke, das ist erst mal okay für die erste Folge. Da habe ich kaum was gesagt in der ersten Folge. Ja, aber das Gute ist, Moritz, ich glaube, wir werden entweder morgen oder übermorgen gleich den zweiten Teil aufnehmen. Da mache ich die Antwort. Das finde ich gut. Kannst du ja gleich mal ein wenig so... Dann üb mal ein bisschen und... Ich nehme heute noch ein Video auf und dann... Heute war das ja eher mal so der Geplänkeleinstieg. Fürs nächste Mal haben wir natürlich ein paar Kernthemen für euch bereitgelegt vorher. Wir wollten heute bloß auch mal schauen, wie es mit der neuen Technik ist und werden dann die einzelnen Spuren zusammenbasteln. Wir alle nehmen ja mit unterschiedlichen Aufnahmeprogrammen auf. Und dann schauen wir mal. Jetzt werde ich die Sachen dem Lukas so geben wahrscheinlich, dass er es schön über ein Video liegen kann. Das Ganze werdet ihr dann als Video auch auf dem Drittkanal finden, TheGeekFreaksTV. Da werden die Livestreams und Podcasts dann auch gehostet, mit einem lustigen Animationsvideo hinterlegt. Und für den nächsten Podcast habe ich mir eine ganz andere neue Audio-Chain quasi überlegt. Die werde ich da vorbereiten. Mal schauen, ob ihr den Unterschied von dieser zur nächsten Folge dann schon hören werdet. Und wenn ja, könntet ihr ja dann mal unter dem nächsten Podcast schon mal ein bisschen ein paar Kommentare ablegen. Falls das Ganze euch gefallen hat, ihr könnt euch das auf TheGeekFreaks.de herunterladen, auf YouTube ansehen, auf Spotify abonnieren, auf iTunes und Deezer natürlich auch diese. Und wir werden das jetzt auch noch eine ganze Zeit weiter betreiben und achten so auf das Feedback und was ihr euch so wünscht. Und dann können wir diesen Podcast natürlich auch ein kleines bisschen anpassen, je nachdem, was die Fanbase da quasi sich wünscht. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Hanukkah, was auch immer. Happy New York. Happy New York. Frohn Nichtgeburtstag. Schaut auf die Straße, falls ihr Auto fahrt. Falls ihr nicht Auto fahrt, geht jetzt auch mal ans Fenster und schaut auf die Straße, ob da alles sicher ist. Das ist ganz wichtig, ne? Die Straßen. Legen wir selbst noch sofort aufs offene Winde raus. Ja. Damit... Jo, was immer er sagt. Sag ich einfach auch mal. Ihr wisst, YouTube auf dem TheGeekFreaksTV-Kanal hat eine superschöne Kommentarfunktion. Da könnt ihr uns direkt Feedback zum Podcast hinterlassen. Da will ich doch hoffen. Ist, glaube ich, am einfachsten, als wenn wir da über verschiedenste Dinger zurücksuchen müssen. Ansonsten auch gerne per E-Mail. Podcast at TheGeekFreaks.de. Jo. Aber wie viele Leute machen sich die Mühe und schreiben die E-Mail? Zu viele. Ja, wir haben es mal drin. Wir haben es mal drin. Ja, stimmt, teilweise. Und dann haben sie sich versehentlich ein SIP-Programm gekauft. Die fragen da nicht. Das ist eine schöne Geschichte für nächstes Mal. Für nächstes Mal. Wir werden es euch nächstes Mal erzählen. Aber bitte nicht fragen. Kleiner Teaser ist im Discord. Die Geschichte erzähle ich also. Oh, 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 ja. Das ist... Abruh Discord. Gerne einen Discord-Foreign. Link ist auf der Webseite. Ja, ja. Jetzt nochmal. Und Forum. Ich möchte gerade gechillt hier auch noch rausfaden. Und du hypst hier gerade voll rein. Schill mal deine Basis. Sorge, da ist die Interaktionsrate mit am höchsten. Ja, Ende der Folge ist die Interaktionsrate mit am höchsten. Aber du weißt doch, Leute hören die Podcasts zum Einschlafen. Du musst dir jetzt sanft... Tut mir leid. Ich muss jetzt sagen, Alexa, spiele Songs von Black Sabbath. Gute Nacht. Es war schön, dass ihr da wart. Übersteuert nur noch. Heil Cthulhu. Die Leute hören jetzt schon Black Sabbath, wenn die Alexa angesprungen ist. Ich glaube, ich bekomme einen Call of Cthulhu. Nun, mit dieser herben Enttäuschung wünsche ich euch dann noch einen schönen guten Abend, guten Mittag, gute Nacht, wo auch immer ihr euch gerade befindet, in welcher Zeitzone. Lasst euch von der Zeitumstellung nicht zu sehr verjetleggen. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann.